Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer nächsten Runde von Superjump, die ich eigentlich nie wieder aufnehmen wollte. Das ist natürlich die erste Runde. Bei mir. Ja, weil bei ihr ist ja der PC abgeschmiert, das sieht man in meiner Runde. Ich bin bei ihr verlinkt. Ja, natürlich bist du bei mir verlinkt. Was hast du mal gesagt? Ja, also wir sind alle verlinkt, ich bin übrigens verrückt, der Haufen und die ist da in der LP und ich fall runter. Das war, ja... Sehr künstlerisch und, hä, was ist mit meiner Maus? Ich bin runtergefallen. Kann ich eigentlich auch rückwärtspringen? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich hab... Warte, ich will in deine Richtung! Fuck the System! Müssten wir nicht eigentlich uns sogar kroxen hier? Ich glaub, das war so, oder? Also, zumindest kommt man auf dem anderen... In der Mitte theoretisch. Shit! Er ist nicht gerannt, obwohl ich den Rentner für anhatte! Ja, ja. Der darf ja nicht gegen eine Wand rennen. Ach so. Die Leute, die versuchen gegen Wände zu rennen. Ja. Oh! Kann man da über hoch. Wir wissen jetzt übrigens, woran es liegt, dass unser PC immer abstört, aber das dürfen wir euch nicht sagen. Das dürfen wir euch nicht sagen, sonst passiert es wieder. Ja, genau. Sonst lass ich wieder aus hier. Ich bin schon öfter runtergefallen als du! Das gibt's nicht! Ja! Ja, ich bin normalerweise voll am Abkacken immer. Hier gibt's immer schwierige Wege und einfache Wege und die einfachen Wege haben immer so ein bisschen... sie sind länger. Ja. Das ist... Oh, scheiß! Ich dachte... Na egal. Ich versuche immer abzukürzen, vielleicht sollte ich das einfach mal sein lassen. Ich versuche durchzurushen wie ein Idiot. Das heißt, du kriegst gleich wieder... Ach so. Deswegen kann ich das so gut wie ein Idiot durchwaschen. Gut, gut. Das erklärt sie jetzt. Helps, ich! Echt? Wo bist du? Ach da hinten? Ja. Am Anfang... Am Anfang war das Wort. Dann kam der Schrei. Und dann wurde Superjob erfunden. Und dann haben sie nur noch geschrien. Sie haben sich nur noch geschrien, ja. Sie haben sich nur noch angeschrien. Wieso legt das so scheiße? Ich hasse mein Leben jetzt schon so früh? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sind übrigens die Saturnringe hier. Die aus Wasserstoff bestehenden Saturnringe. Deswegen können wir da so drüber springen. Versteht dich? Ne, das sind wahrscheinlich die... Also das ist nicht der... Also nicht das Zeug, sondern... Sondern... Die Meteoriten meinst du? Ja genau. Also die Reste vom Planeten so ein bisschen, die umruhen um den Planeten selbst. Ja, das erklärt einiges. Übrigens, äh... Ich meinte nicht die Saturnringe, ich glaub ich hab das mit den Uranusringen verwechselt. Hat der Uranus... Ach ja. Kennst du das noch? Ich hab das in der Grundschule gelernt. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Merkur, Erde... Warte, ne... Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun... Und dann kam doch der Pluto, aber der wurde ja kein Planet mehr. Wer ist denn auch ein Zwergplanet? Wer ist dafür, dass Pluto wieder ein Planet wird? Ich. Meldet euch. Pluto braucht euch. Ach, die arme Pluto. Also ich kenn die Planeten nur von Sailor Moon. Oh. Ja. Du bist kein Nerd. Nein. Was hat das mit Nerd-Sein zu tun? Äh... Weiß ich nicht. Ich hatte Bücher von Sailor Moon. Also... Mangas? Das war nicht mal Mangas, das waren wirklich Bücher. Ach so. Ich bin fast rum... Nein, bin ich nicht. Aber ich bin irgendwie am anderen Ende fast. Nein, ich bin runtergefallen! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Yay. Also ich sollte die Fälle nicht so schnell machen, weil sonst sterbe ich schneller. Aber... Das macht ja nichts. Boah. Sie wollen uns doch sterben sehen, nur deswegen klicken sie dieses Video an. Ihr seid alles... Ihr seid alles böse Menschen! Ihr seid totgeile Zuschauer. Totgeile? Ja. Totgeil, totgeil... Leute, ich muss euch jetzt mal sagen, ich finde euch geil. Ich finde euch supergeil. Ich finde, was ihr macht, supergeil. Das ist jetzt ein neuer Slow-Gain. Das ist mein Slow-Gain. Mein Slow-Gain heißt supergeil. Deine neue Lebenseinstellung ist das. Ich finde supergeil, supergeil. Ihr seid supergeil, supergeil. Ich brauche ein Mauspad. Ich brauche Skill. Gib mir ein Mauspad. Möchtet ihr mir jemanden Skill schenken? Okay, es geht ganz einfach. Wenn ihr mir Skill schicken wollt, dann drückt ihr jetzt ganz, ganz oft auf den Like-Button. Los, fangt an. Nein, wenn man ganz oft auf den Like-Button drückt, dann entlikt er dich und dann liked er nicht wieder und dann liked er dich. Nein, also jeder muss jetzt einmal auf den Like-Button klicken. Los! Wenn ich genug Likes gesammelt habe, dann habe ich Skill. Ich merke, ja, es lädt sich auf. Ja, ich merke, wie die Power zurückkommt. Nicht aufhören, Leute! Klickt weiter! Los! Jeder Klick zählt! Ich brauche Skill! Am Ende hast du drei Dislikes oder so. Insgesamt. Sonst nichts. Nein, ich brauche Skill! Oh Leute, das war jetzt eure Schuld. Fuck! Ihr habt nicht geklickt. Ich habe es genau gewusst. Ihr habt nichts bewertet. Shit! Was ist das? Fuck, shit! Ja, ich fall hier runter. Achso. Ich fall runter. Ganz einfach. Ist das alles bei dir? Soll ich jetzt überrascht sein? Ja. Nein! Ich weiß auch nicht mehr, wo das Ende ist. Ich glaube, das Ende ist bei dir. Ja, es ist es glaube ich auch. Deswegen wollte ich ja rückwärts springen, aber es ließ mich nicht. Achso. Ach, das meinst du mit rückwärts? Ich dachte jetzt rückwärts. Nee! Ja, ruhig fährt. Das schaffe ich auch. Ja, deswegen. Das hat mich ja auch gewundert. Ich wollte ein bisschen so gegen das System rebellieren und wollte rückwärts springen, weißt du? Nein! Geht auch so gut. Es geht sogar. Ja, aber nicht so gut. Oh. Ohne Maus bitte ist das alles blöd. Ohne Maus ist alles doof. Oh, kennst du diese Schafe noch? Ohne Maus ist alles doof. Du bist doof. Und der Baum ist doof. Das Blatt ist doof. Alles ist doof. Ohne dich ist alles doof. Gut, dass du hier bist. Äh, gut, dass du da bist und nicht hier. Mann, scheiß Buch bringt nichts. Ich habe ein Buch runtergelegt für mein Mauspad. Also Mauspad-Ersatz. Ich habe von Chief Word, das ist nämlich das Mauspad, das an meiner Wand hängt, ist von Chief Word. Das steht drauf, very important person, VIP. Das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner damals besten Freundin. Deswegen hängt das an der Wand. Okay, cool. Ich weiß nicht, wie ich springe. Oh! Ich versuche gerade was dämliches. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Aber wenn, dann ist das richtig lustig. Nee, das wirkt nicht so. Diese Map, das finde ich halt gut irgendwie, dass man ein bisschen überlegen muss, wie man springt, weißt du? Ja, man kann sich auch teilweise was aussuchen und so. Ja, das finde ich an der Map gut. Was ich an der Map scheiße finde, ich glaube, das sieht jeder, der mein Video sieht. Alle springen. Ich glaube, ich bin halb rum. Cool. Ich habe gerade versucht zu cheaten. Wie das? Deswegen bin ich... Weil hier sind so... Eigentlich ist das machbar. Theoretisch vielleicht. Aber umsichtlich nicht, weil ich es nicht schaffe. Wow, du hast es geschafft! Hä? Aber du musst nicht... Ich habe gewonnen! Ich bin einmal rum! Ja! Achso. Ja! Ich habe es gar nicht gemerkt! Ich dachte, ich muss noch! Ich habe mich gerade voll... Ja! Ich habe mich gerade voll... Wow! Ich schlag dich jetzt. Ich war so überrascht! Okay, jetzt machen wir Panda. Ja, aber... Gleich hinten dran. Gleich hinten dran? Das wird sogar ewig dauern. Das wird wieder ewig dauern. Okay, machen wir. Panda! Panda! Weil ich gerade so gut drauf bin. Leute, weil ich gerade so gut drauf bin. Ich danke jedem, der mein Video geliked hat und mir dadurch Skill geschenkt hat. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Ich haus für dich. Und jetzt müsst ihr alle bei... Welche Haufen? Also... Alle. Bei ihr! Verrückter Haufen! Verrückter Haufen! Ich habe gerade einen Minecraft-Namen gelesen. Müsst ihr alle bei ihr liken, damit ihr ein bisschen Skill bekommt, okay? Das müsst ihr jetzt für mich machen. Für dich? Ja! Du hast ja gesehen! Die haben mir Skill geschenkt! Gib mir doch deinen Skill! Ist doch nett! Was ist mein Skill? Ich gebe dir nicht mein Skill! Ich fall irgendwie dauernd runter. Es leckt immer noch. Ich hasse das! Ich hasse alles auf der Welt! Die Welt hasst dich! Ich hasse auch! Auch euch! Nein, okay! Euch nicht! Ich hasse jeden einfach. Sie ist gerade ein bisschen deprimiert. Das müsst ihr verstehen. Wir haben mal von dir geschlagen. Das darfst du doch nicht verraten! Ich schlage sie nur manchmal, wenn sie es verdient hat. Das müsst ihr verstehen! Ich meinte im Sinne von besiegt, aber okay. Ich bin halt die Beste. Ich habe heute zum ersten Mal gespielt, aber ich bin halt besser als du. Nein, ich bin scheiße. Ja, bei mir lagts die ganze Zeit. Und meine Maus dreht sich so seltsam. Also ganz ehrlich, wenn ich dein Video sehe, und wenn ich keinen einzigen Lag sehe, dann gibt's Ärger, junges Fräulein. Du machst den einzigen Like. Ich weiß gar nicht, ob ich... Springe ich gerade wieder zurück? Ich glaube nicht. Du kannst gar nicht zurückspringen, glaube ich. Oder? Doch. Warte, ich will mal gucken, ob man es kann. Man kann am Anfang springen. Ich will gerade nur gucken, ob es geht! Nein! Oh. Ist okay. Ist okay. Du brauchst mich nicht wundervollen. Ich finde Panda, die macht eigentlich ganz niedlich, aber... Irgendwie so ein bisschen grün. Ja. Ja, Bambus halt. Panda. Würdest du wissen, an was mich das erinnert? An... Panda? Ne, du kommst nicht drauf. Du kommst nicht drauf, aber willst du trotzdem raten? Okay. Dann rate. Nein. Gib den Tipp. Affen. Panda. Nein, Affen. Koralla! Oder so. Koralla sind keine Affen. Ne, das erinnert mich an Tarzan das Musical. Okay, hätte ich ein Jahr raten. Ich sag's doch. Ich war nämlich in Tarzan im Musical und die haben das halt als Deko so ganz viel grüne Schlingpflanzen überall an den Wänden. Das sieht genauso aus. Okay. Cool. Da wärst du nie drauf gekommen, ich weiß. Vor allem war ich da nie in sowas wahr. Echt nicht? Ja. Also ich war ein König der Löwen und Tarzan. Ich find das schön. Okay? Ähm, ich komm nicht mehr hoch, ich war nicht mehr hochgebeamt. Oh, jetzt bin ich wieder oben. Und jetzt falle ich gleich wieder runter, weil ich gedacht hab, ich bin nicht oben. Ah! Und jetzt nochmal! Nochmal dasselbe! Ich bewege mich jetzt gar nicht mehr. Wieso versuche ich eigentlich abzukürzen? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Also es klappt zu selten, dass ich mir das erlauben kann. Ich versuch gerade, ähm, hier ganz schnell durchzulaufen, aber das trinkt nicht. Da wär ich noch schlecht dabei. Fuck, zu früh abgesprungen. Oh Mann, ey! Ich reg mich auf, weil meine Maus so blöd ist. Irgendwie dreht sie sich ganz komisch manchmal. Jetzt liegt sie wieder an der Maus! Und an den Legs. Ich schwöre, ich spiel normalerweise besser. Ja, ja. Ich schwöre es dir. Ja. Man kann übrigens durch Bambus springen. Ich weiß. Schwörst du auf alle Pandas der Welt? Ja. Okay, das ist ein großer Schwur. Wusstest du, dass alle Pandas der Welt China gehören? Nö. Wusstest du, dass sie zu faul sind, um sich fortzupflanzen? Ja. Es gibt ja auch Panda-Pornos. Ja, genau. Ich weiß, ob ich das weiß, aber es gibt Panda-Pornos. Galileo oder so. Ja, kann sein. Also ich zumindest. Ich will dir was sagen. Du hast es geschafft. Ja. Ich hasse den... Spidey Martin, Spidey go! Spidey Martin, Spidey go! Woo! Woo! Hehehehe! 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 Vielen Dank.